Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4857 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich muss nur noch in ein weiteres Geschäft gehen. Dann habe ich alle Einkäufe zusammen. Ich muss nur noch in ein weiteres Geschäft gehen. Dann habe ich alle Einkäufe zusammen. Ich muss nur noch in ein weiteres Geschäft gehen. Dann habe ich alle Einkäufe zusammen. Ich esse gerne Spaghetti. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Ich esse gerne Spaghetti. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Ich esse gerne Spaghetti. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Wir haben auf jemanden wie dich gewartet. Du wirst unser Team perfekt ergänzen. Bei der Arbeit habe ich immer Kontakt zu meinen Kindern, da meine Frau auch berufstätig ist. Bei der Arbeit habe ich immer Kontakt zu meinen Kindern, da meine Frau auch berufstätig ist. Man erreicht immer mehr, wenn man nicht so schnell aufgibt. Peter ist entschlossen, heute noch weiter zu laufen als sonst. Man erreicht immer mehr, wenn man nicht so schnell aufgibt. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken. Das Paar trägt kurze Hosen und Sonnenbrillen. Jeder hat einen Rucksack auf dem Rücken. Über Sekt denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Über Sekt denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es muss sich etwas ändern. Ich werde von Unternehmen beauftragt, ihre Sicherheitsarchitektur zu überprüfen. Ich werde von Unternehmen beauftragt, ihre Sicherheitsarchitektur zu überprüfen. Der Koch muss über Kochkenntnisse, Hygienekenntnisse, Teamfähigkeit, Kreativität, Belastbarkeit und Kundenorientierung verfügen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.